Uns sind aus alten Zeiten wunderbar bekannt. Eins erzählt von der Stadt Ersch k ej Christen Statt der Elektronik, der Forschung und Bildung, der Kunst und Kultur Christen Zentrum der Elektrotechnik und Elektronik Wissenschaftler, Politiker und Kunstler werden unterrichtet zum All-Internationalen Konkretchen und das Tal der Änderung angebildet wird in Dresden Seine Brücken verbinden das Stadtzentrum mit weiträumenden Wohngebieten, von Herren von Wäldern und von Schweinen, die im Bewesen zu verordnen und den Sandstern in den Bildungsrunden zu ziehen Die Silhouette der Stadt erinnert die Fronentor und Kathedrale an die großartige Baukunst des Dresden Baron Der Schmerz der Stadt erinnert mit weiträumende Jezus grieving Christen Die Silhouette der Stadt erinnert die Fronentat Nach dem Beethoven der Stadt erinnert die Fronentat bis heute Abend bis heute Abend Statt der Erkomme, der Forschung, der Kunst und Kultur, das Schaffen der Arbeit, der Wissenschaft und der Künstler unserer Stadt Dresden begründet eine neue Schönheit. Eine Quelle guter Gefühle und neuer Kraft für Millionen Gäste aus Berlin. Statt der Erkomme und neuer Kraft für Millionen Gäste aus Berlin. Statt der Erkomme und neuer Kraft für Millionen Gäste aus Berlin. Statt der Erkomme und neuer Kraft für Millionen Gäste aus Berlin. Statt der Erkomme und neuer Kraft für Millionen Gäste aus Berlin. Statt der Erkomme und neuer Kraft für Millionen Gäste aus Berlin. Untertitelung des ZDF, 2020